Was reden Sie? Mundhalten. Was? Wie redest du mit mir? Du dir. Du frechest dir. Wie reden Sie mit mir? Das ist mein Land, du Hure. Was? Was ist? Ich bin hier geboren. Ja, aber du willst nicht hierbleiben mit diesem Aufzug. Ich werde hierbleiben. Du willst nicht hierbleiben? Schmeiß dich raus. Die FPÖ schmeißt die Halle raus. Die FPÖ schmeißt die Halle raus. Sie verbiere dich raus, du frechest Schwein. Ich bin primitiv. Ja, du bist primitiv. Schauen Sie sich mal an. Schau dich an. Setz dich, der Schwein. Setz dich, der Hund. Setz dich. Wo soll ich mich hinsetzen? Auf dem Boden. Das ist nicht genau. Ja, sie hat angefangen. Sie hat angefangen. Sie hat angefangen. Sie hat angefangen, diese freche Hure. Ich habe nichts gemacht. Du bist in Österreich. Willst du nur von dem islamischen Land den Kopf abhacken lassen? Was? Bin ich nicht eigentlich? Du bist der Sandler. Du bist der Sandler. Ich glaube am besten. Wenn ich nur mal die Sandler unterstützen, ist ja klar. Das wird aber nichts werden. Die Unterstützung von Sandler wird euch nichts helfen. Du Hubern ist ein Wertlose. Ich glaube am besten. Sie haben keinen Recht, mich so anzuschreien. Du auch nicht. Verschwind. Verschwind du Scheiße. Hilfe. Gewaltländerin. Sie sind eine ähnliche Gewaltländerin. Sie hat mich gerade angespuckt. Aber sie hat mich angeschrien. Sie hat mich gerade angespuckt. Sie hat mich gerade angespuckt. Ja, dann gehen Sie einfach weg. Bitte gehen Sie weg. Geh du weg in dein Land. Das ist mein Land! Das ist mein Land! Das ist mein Land! Untertitelung des ZDF, 2020